Und der Pitch hat ja auch dafür gesorgt, dass hier das Bild nicht mehr über den Erfahrungspunkte-Balken und den Heft-Balken klippt. Oder hier. Nur hier steht man halt noch ein bisschen falsch. Muss man ein bisschen weiter rüber. Oh, jetzt haben wir mal Eis-Mangel. Jetzt haben wir von beiden fast nichts mehr. Hier bin ich. Marschieren los. Und ja, wenn ich mir die Gegner so ansehe, war es gut, dass wir etwas gewartet haben mit dem Mosaik. Aber viel länger brauchen wir jetzt auch nicht warten. Untertitelung. Ja, das mit dem Eisen ist halt echt doof. Die Schmiede hätte eigentlich von der Größe her reingepasst, aber das Fundament sagt nö. Und ja, jetzt habe ich schon ein dickes Plus an Mondsilber, aber im Eisen. Klappt es nicht so ganz. Sagen wir so, es geht einigermaßen. Und ja, ich will grundsätzlich nur Verteidiger ausbilden. Einfach weil Verteidiger recht stark sind. Also ziemlich starken Fernkampf angefordert, besser gesagt. Und den Nahkampf bei den kleinen Grüppchen kann ich mit meinen Helden übernehmen. So, den Nahkampf habe ich schon mal. Oh, wir brauchen. Oh, wir müssen die Setzen gehen. Oh, wir können doch conditionscheidiger. Oh, wir müssen ja mal schauen. Oh, wir müssen aufnehmen. Oh, wir müssen hier sein. Oh, wir müssen hier sein. Oh, wir müssen hier sein. Oh, wir müssen hierher sein. Oh, wir müssen die Kyivre und und so aufnehmen. Vielleicht werde ich mal 5 Krieg... Nee, für das Kriegspriester brauche ich ja noch das Sanktarium, das bringt es nicht. Deswegen lassen wir das, weil scheinbar soll die Kriegspriester jetzt auch ordentlich funktionieren. Also sie haben bei Einheiten das mit den Auren angepasst, dass die Auren viel früher triggern. Kampfbereit! Hier, sofort! Und los! Sofort! So, dann lassen wir sie jetzt einfach mal Eisen sammeln, da müssen wir die nächsten ziehen. Oder 5 wenigstens auszubilden können. Hier, sofort! Und los! Mir nach! Für die Rune! Runenflieger zu mir! Freundlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Mehr davon! Los! Hier, sofort! Sie sind überall! Sie müssen halt die Freiheit! Schließt die Reihen! Kommt nur her! Schließt die Reihen! Auf meinen Befehl! Heimlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Bereit! Und los! Zur Ehre Aonius! Die Rune ruft! Auf dem Weg! Verstärkt die Deckung! Alles klar! Okay, es ist nicht gut, wenn der Heiler nicht durchkommt. Wird sofort ausgeführt! Hey, da war schon unser Stufenabstieg! Sehr schön! Oh, alter Nordhelm! Ja, der ist nicht schlecht! Super! Zauber! Zauber! Beinschienen, die nicht so toll sind! Und das Fragmententeil! Vorwärts! Gut, dann zurück zum... Schnell! So, Attribute! Das waren die! Das heißt, wir können dich wegschmeißen! Schnell! Ich könnte jetzt einfach auch eine Aura der Heilung anwerfen! Hm! So, machen wir die Reihenfolge! Ja! So, mehr Verteidiger! Gut, das haben wir soweit! Kann ich jetzt irgendwas Besonderes tragen, was ich vorher nicht tragen konnte? Ja, das Schild ist mir ehrlich gesagt lieber... Also Schild mäßig... Also Schild mäßig... Nö, Rüstungs mäßig... Auch nicht so wirklich... Rosen mäßig... Kopfbedeckung... Ja, der Nordhelm später vielleicht... Ja, nein, vielleicht... Wassergeschicklichkeit... Ja... 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 Ringe... Glücksbringer... Er bringt mir nichts... Das ist leicht... Kriegskunst... Alles... Und Mentalmagie... Ja... Weiße Magie ist auch noch ein bisschen hin... Und den kann ich noch nicht tragen... Da brauche ich erst noch ein Level ab hier... Also übernächstes Level ab... Vielleicht... Äh... Mehr Verteidigung... Ich kann mal die Aura der Heilung anwerfen... Hier bin ich! Wo ist der Feind? Er wird sofort ausgeführt! So, dann gucken wir mal... Wo taucht die nächste Truppe auf? Und ja, wir können dann als nächstes... Den Priester wechseln... Ja, zweites Teilstück einsetzen... Summen... Okay... Kein Ort der mehr aufgedeckt ist... Und ja, es fehlen noch... Es sieht fast aus als fehlen da jetzt noch... Zwei Teilstücke... Ja... Ja... Kampfbereit! Ja... Folgt mir! Okay, da hinten hatte sie sich nicht versteckt... Dann sitzt ihr irgendwo unten im Tal... Entweder hier oben oder wirklich ganz weit unten ganz ehrlich gucken, mein Manner ist 112 und Zeiss ist 112 zu euren Diensten verstanden hier sofort versteigt die Deckung sie sind überall schließt die Reihen zu allem, wenn sie los schließt die Reihen, steckt die Träger zu mir vorwärts für die Freiheit das ist ein Hinterhalt sie sind überall feindliche Angriff schlagt sie zurück das ist euer letzter Fehler haltet durch Männer mehr davon los das ist ein Hinterhalt Linien müssen halten das ist ein Hinterhalt wir werden angegriffen ich gebe zu das war nicht so geplant kampfbereist kampfbereist im schritt voraus hier bin ich endlich wieder kämpfen gehen Meister Kutschwert noch eins Wolfbeschwörungstufe 10 okay edle Jagd Armbrust blut blutrüstung also die ziehe ich dann gerne an hier schnell und los bereit zu allem entschlossen auf meinen Befehl vorwärts sofort okay so wir haben fast unsere Armee zusammen und das sind Krieger keine Verteidiger ups kampfbereit naja so nächstes Teil einsetzen das ist das vorletzte in das Musik wurden bereits zwei Teilstücke eingefügt drittes einsetzen die Luft beginnt zu vibrieren